Warum in die Richtung? Wir wollen spawnen sein. Hier oben. Wir müssen da spawnen. Yo. Yo Leute, was geht? Servus. Ich hab keine Ahnung mehr wie Minecraft funktioniert. Ich hab heute Geburtstag direkt drauf. Milch. Perfekt. Moment. Mit Sound? Prost. Ich bin nur Zuckerrohr. Stimmt. Ja, Zuckerrohr ist dort. Man kann sich glaube ich auch mit Zuckerrohr hinten. Alex, wo wollen wir denn nehmen? Wollen wir da mitten durchrennen? Da, 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 da. Du siehst doch eine große Schlucht und eine kleine Schlucht. Ja, fix. Wir gehen durch die kleine Schlucht. Okay, lieber eng, oder? Natürlich lieber eng als ausgeleiert. Okay. Ich weiß nicht, was du heute für komische Fragen stellst. Es geht nur um die Kartenkunde. Wir müssen ja wissen, wo wir hin müssen. Also ich muss sagen, ich hab seit sechs Monaten keine Minecraft mehr gespielt. Heute die erste Runde gespielt. Und wir haben den zweiten Platz gemacht. Nein, wir haben sie gekauft. Alex, wir laufen da durch die kleine Spalte durch, ne? Ja. Das ist heute mal der Plan. Ah, ihr spasst nie rechts neben mir. Ich kenn euch nicht mehr. Hier leider. Wir haben ein Narkosemittel. Der hat Hühnchen. Cheater. Schau, dein Kopf hat sogar einen Wegweiser. Perfekt. Mein Kopf hat einen Wegweiser. Ja. Ups, cheers. 10. Milch. Ich muss meinen Kopf wegstellen, sonst werfe ich's um. Jetzt geht's los. Du weißt, woran geh Alex. Jupp. Du weißt, woran gehst du? Einfach mal. Yo, Steve. Es geht los. Die Schlacht um den Sieg von Tour of Fury. Es ist nur 16,40. Da ist ich bin runtergefallen. Perfekt. Da liegt... Da sind überall Leute. Auf, Allah. Das sind überall Leute. Auf, Allah. Zuckerer. Steve. Danke. Alex. Hast du's gekriegt? Linkswart. Rechtslang, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Oh, oh. Er sagt rechtslang. Ich geh irgendwo hin. Ich bin down. Steve, wo bist du? Ich bin down. Fix. Hey, bist du hinter mir? Du bist vor mir, du bist vor mir. Lauf, 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 lauf. Okay, jetzt. Sag, wenn du mich verlierst. Genau, ich bin instant hinter dir, Alter. 20 Sekunden haben wir noch Schutzzeit. Lauf, 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 lauf. Nee, nee, nee. Mach mal ein Schwert, wäre nicht so schlecht, gell? Ja, ja. Wir machen uns gleich da hinten eins. Siehst du wen hinter uns? Weiß ich nicht. Ich guck gerade nicht. Okay, da links ist das Skelett. Nein. Deutsch. Nein. Zu Ende, Steve. Warum hat's? Ja, lauf erstmal, lauf erstmal, lauf erstmal. Okay. Er ist anscheinend. Lauf. Wir haben Zeit. Wir verlieren wenig Hunger. Jetzt geht's auf. So, hier vorne den letzten Baum nehmen wir. Den letzten Baum rechts. Okay, passt. Rechts, rechts. Den hier, den hier. War den nur, gell? Da können wir nämlich in die Richtung gucken. Noch hast du den oberen, gell? Immer den unteren. Nein. Die oberen sind schon wieder. Geil, ich schlau immer. Ich crafte. Jo. Die... Geschwindigkeit ist... Ich habe ein Schwert. Die geben. Ich troppe dir das Schwert. Wieder. Alter, ich habe dir ein Schwert getroppt. Danke. Hops. Alter, ich kann nicht mehr craften. Du hast craften. Weiter, 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 weiter. Wow. Ich bin perfekt, Alter. Alles geil. Du hast Trau. Der Rest ist, der Rest ist hinten bleib. Da hinten ist irgendwo Zucker, aber da gehen wir nicht hin. Alter, ist das laut. Friendly Fire ist aus, Gott sei Dank. Ja, komm mal mit. Du fandest Zucker, was? Du hast das schlechte. Ja, was? Ich fand das sind auch noch Dings. Da rennen wir nicht so weit weg. Davon sind welche, davon sind welche. Okay. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Dann renn wir halt hin, wenn sie meint. Es sind zwei. Alter, bist du da? Ja, fast damit, oder? Wollen wir drauf? Ich weiß nicht, das haben wir, gell? Ja, doch. Ja, okay. Und was? Ja, wegrennen wir da nichts mehr. Alex, wo bist du? Hinter dir. Auf den links, auf den links. Alter, ich bin... Ja, okay. Auf den links, auf den links, erst alleine. Ja. Bist du hinter mir? Ja. Fix, ich bin Ansprung hinter dir. Gut, er kann gleich nicht mehr sprinten, glaube ich. Er hat nichts zu essen. Ja, ich ja. Kann nicht mehr sprinten, ich esse. Jetzt, Alex. Essen, Alex. Ja. Ja, war, das war gut. Ja, der rennt weg. Alex, lass weg, lass weg, lass weg. Echt? Okay. Hinter uns sind auch zwei, hinter uns sind auch zwei. Zu gut. Kommst du hinter mir? Kommst du hierher? Wohin zu dir jetzt? Die haben noch nichts, die haben noch nichts. Alex, wo bist du? Ich bin. Komm zurück, komm zurück. Ich bin im Wasser daneben. Ich bin im Schwert. Ich bin im Schwert. Ich bin im Schwert. Wer bist du? Ja, dann komm raus, komm raus. Ja, okay. Komm doch raus. Ja. Wer ist denn das? Einfach Lea zum Tourreax. Wollen wir... Die sind die Admins. Ich krieg eine Admins klatschen in erster Folge. Lass mal schnell Steinsperter machen. Okay, ja. Ich brauche was zum Essen eigentlich. Ich auch. Wir könnten Suppen klappen. Ja, mach mal. Ja, aber ich brauche beides. Guckst du mal bitte. Ja, Steve, scherz die Bordeaux, weitergehen ein bisschen. Ja, warte mal. Ich will doch, ich wollte hier erstmal Steinsperter machen. Warte, ich brauche mal schnell Suppen. Ja, guck mal, du sollst gucken, ob jemand kommt. Ja, du sollst das einfach. Ja, du sollst den noch Suppen, ne? Kannst du das auch nicht machen. Jo, sollst du da machen. Hä? Serverleck? Serverleck? Ich hab zwei Suppen. Ja, dann mach du erstmal. Das wäre eigentlich noch ein Verschwängnis. Wieso machen wir eigentlich zwei Crafty Table? Weiß ich nicht. Guckst du, ob jemand kommt, ja? Ja, ist doch nicht zu halber, sag ich mal. Warum haben sie nicht? Zwei, wie viel braune habe ich? Sieben. Okay. Schrauben zu. Wir drehen uns um. Da sind welche. Oh, bitte. Das sind die Admins. Große Pinze. Alle Klasse Suppen für mich? Ja. Ja, gib dir mal zwei. Ey, Brei hat mehr Hurt, dann kann ich mehr Suppen. Da war nochmal. Ich bin gerade so blöd zum Craften. Alles die für den Deutsch. Alex, komm mal rein. Du sollst mit Farbe, du sollst gucken ob jemand kommt. Mach ich so. Jetzt sehen wir ein bisschen nebenbei, weißt du? Mhm. So, Alex. Überleg, ob wir Turiax suchen gehen. Geil. Wie viele Suppen musst du haben mit vier? Ja, gib mir mal noch zwei. Okay. Du hast mehr. Alles die Wasser. Wo denn? Bei mir. Hab ich. Go. Okay, im Block. Hier ist so viel Zuckerrohr, Alter. Ich weißte. Wollen wir die suchen, ja, ne? Ja, wenn du willst. Ja, wir haben ja... Suppen haben wir ja ein bisschen. Zwei, ja. Da drüben hast du genial. Da vor mir ist einer, vor mir ist einer. Ja. No risk, no fun, oder? Ja, gehen wir suchen. Da drüben ist er, da drüben sind beide. Es ist bei irgendwas und bla 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 bla. Kennst du dich nicht, glaube ich. Nein, keine Ahnung. Leg mal dein Schwert weg. Ja, okay. Nicht so schnell, Steve. Die haben auch schon Steinschwerter. Ja, nicht so schnell. Einer links, einer rechts. Einer gibt Superrohr, lass uns rum. Ja. Ich bin drei Sprünge hinter dir. Ja, komm. Ab ein, hat nen Hit. Wo ist das denn? Ich weiß. Alex hat den. Ja. Alex hat den. Alex auf den. Nice. Essen. Steve, ich hab sogar Essen gekriegt. Oh, Armstack Zuckerrohr. Ich war nur Armstack. Alex, Alex ist okay. Okay. Guck mal hinter mich. Lass mal die Schlucht lang laufen. Sieh. Alter, mein Herz rumt schon wieder. Ich weiß auch, Alter. Aber schön weggegeben. Aber schön weggegeben. Ich war in den USA. Ich hab jetzt. Ich hab ihn mitgegeben. Ja. Ich hab ihn mitgegeben. Das war Schenk gespült, oder? Wirklich. Ja. War richtig nice. Lass mal hier. Lass mal hier. Wie viel Zucker brauchst du? 33. Hier oben ist auch noch Essen. Lass mal das Essen noch mitnehmen. Jupp. Am coolsten wär fast, wenn man die großen Pilze abholzen. Ja. Aber ich verliere es tief, wenn ich jetzt nicht nachgehe. Ich fahr mir die Schweine hier oben auf. Okay. Ja, ich versuche einen großen roten Pilze anzufinden. Nein, brauchen wir nicht. Warum, Alter? Ich hab einen Ofen. So, okay. Halt, wo bist du? Ich bin... Ja, schwer zu sagen. Bild wird aufgegangen. Nein, nein. Ich hab Papier. Weil hier in der Schlucht drin bin ich. Wenn ich diese Iron-Kraft vielleicht machen. Und Iron-Schwerter haben, hatte ich ein Problem. Okay. Wo hast du dich hingogen? Da, wo wir eben waren. Wo die ganzen Schweine waren. Ähm. Achso. Wo ist es voll? Hier. Ich bin auf den Bäumen. Okay. Ich bin bei den Pilzen. Wie geht's? Wie geht's? Okay. Wie geht's? Wie geht's auf die Bäume? Ich sucht jetzt. Hier geht's. Da geht's. Okay. Wo, wo wir hin? Da geht's oben. Da geht's oben. Sneak und Bauholz ab. Okay. Ich baue immer noch eine Suppe jetzt erst. Ja, ich hab da einen Ofen hingestellt. Da brät Schweinefleisch. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt wieder mehr Suppen, klaut mir vor. Mhm. Ein paar Blöcke im Moment auch nicht schlecht. Aber braucht das ganze im Moment auch nicht zu. Ja, das mache ich jetzt nur für den Anfang. Ähm. Schweinefleisch? Nein, du. Willst du eins? Ja, bitte. Warum nicht? Ja, lass mal dann weitergehen, wenn das gebraten ist. Jupp. Das ist wohl nicht mehr. Jeder zwei Stück und dann gehen wir erstmal weiter. Und so lange fahren wir Holz. Ja, das war super. Wirklich. Er kam halt an und hat direkt die zwei Hits gekriegt. Nein, das habe ich gewandt. Ja, fix. Am Anfang, ich glaube vier Hits und so ordnet mir aus, oder? Nicht am Morgen. Mal Steinschwerden kriegst. Achso, dann. See. Ich ein Kill, du ein Kill. Perfekt. Wäre schön gewesen, wenn es Touriax gewesen wäre. Das wäre legendär gewesen. Nein! Ich habe 10. Die Arten sind, glaube ich, eh in der Schlucht. Ja, das tippe ich auch. Oder die anderen zwei, die wir vorhin verfolgt haben. Willst du in die Schlucht? Nein, 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 nein. Wir haben Iron Stuff, Alex. Kommst du mit? Ja, okay. Wohin willst du jetzt? Na, wir gehen hier drüben runter wieder. Okay. Und nehmen wir noch die Schweine mit, wenn wir welche finden. Sehr gut. Finden wir ja. Suppen nehmen wir nicht, gell? Ja, ich muss erstmal einen Schluck Bier trinken auf dem Shop. Du nimmst die Schweine mit, wenn wir welche finden. Dann nehmen wir die immer einen Schluck Wasser oder sowas ähnliches. Das heißt, ich würde quer um machen. Brav. Ich muss auf dich warten, ne? Lass mal aus dem Wald raus. Ich finde den mega unübersichtlich. Ja, also, ich sag's mal so. Ich werde die verlieren, wenn ich denen nicht nachgehe. Das glaube ich dir aufs Wort. Wir verlieren. Hier ist ein Wollblock. Hier sind zwei Wollblöcke. Wow. Ich hätte mal schlafen können. Bei mir? Sicher. Verklimmsten Pferde. Warte mal. Kriegen wir für die Pferde eigentlich in der Version Leder? Können wir reiten? Dürfen wir reiten? Nein. Können. Guck mal, ob ich... Ja, 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 ja. Kill die Pferde. Du hast ja ein halbes Stück Leder, hast du gesagt. Äh, Zuckerroh, ne? Jupp, 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 jupp. Kriegen Leder, wenn wir die Pferde füllen. Hier oben sind jede Menge Schafe noch. Ok, do, ok. Das einzige was ich mache, ist die nachrennen und schauen, wo gehen wir sind. Ich geh zu den Schafen, Domi. Ah, ich mach zu den Pferden. Hm? Da hab ich beim Pferd gesehen. So vier Pferde. Ja, ja. Let's check. Oh, ich mach zu den Pferden. Willst du essen? Kannst du essen, Alex? Nicht unbedingt. Okay. Da hast du zwei Fleisch hingeschmissen. Lass mal nach links weitergehen. Okay. Ich mach zu, dass man sich eilen. Ja, wir sollten langsam in der Höhle, oder? Ich hab mir Geld. Es wird dunkel. Ja, ich hab mir Geld. Es wird dunkel. Nicht von einem Creeper-Sturm, gell? Ja, Witch ist mir auch lieb. Ja, Witch wäre sogar gerechtfertigt. Aber Creeper... Guck mal, ob du Kohle findest. Aber sie sind dabei. Ja. Ey, gut, dass ich von den anderen eine fucking Spitzhacke habe. Ich hab mir selber eine gezogen. Ich hab 36. Ich hab 36, ja. Gibt's was, Steakholz. Also... Nein, ich hab... Ich hab den scheiß Zombie-Fleisch gegessen. Hast des Hunger? Da war... WL... Nee, geht's nicht weiter, scheiße. Glaubst du nicht? Schau mal kurz. Jupp. Jupp. Leben, der lebt eigentlich noch alles. Schwer zu sagen. Sagen wir's mal so. Da geht's, glaub ich, nicht weiter. Warte, ich guck mal. Ich glaub ich, geht's nicht weiter. Ja. Ich hab vor allem gesagt zu dir, sammle Kohle. Was ist hier oben? Kohle. Ja, weißte. Ich wollte auch in die Dias holen. Stripminer. Stripminer. Stripminer! Ja, das wird mein erstes Volk. Ja, Iron überspringen. Hast du die andere Hülle schon entlang gegangen? Nein. Ich hab Kohle. Okay. Kohle, 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 Kohle. Wir kommen zum mal nach oben. Oh? Was ist das mit dir? Steve, du musst mal schmolzen gehen. Ja, mach ich gerade. Oh. Fuck. Oh, Alec. Ich würde ja noch mehr verschwenden. Ja, das war nicht geplant. Aber weißt du? Ist halt immer leicht. Wie hier zusammen ist, ist das ein gutes Zeichen? Ja, das heißt Kohle. Ja, super. Noch eine Minute, Steve. Ich wollte eigentlich eine Facecam machen und wollte meinen geilen Partyhut aufsetzen. Aber? Ja, ich hab meine Facecam nicht angeschlossen. Ja. Okay. Ich bin mit ihm umzusetzen. Ich hab die Facecam angemacht. Ja, fix. Alex, die Cave ist mega. Du bist eben unter mir, oder? Ja. Boah, aber ich kann man auch gucken, bevor es sich schon zwei nehmen. Boah, du wirst das essen. So ist es. Mach zwei Eisenschwerer. Okay. Oh, 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 oh. Firekill, nice, ja. Okay. Gut, gut. Mein Inventory ist so unaufgeräumt. So ein bisschen. Ein Eisenschwerer. Okay. Schauen wir gleich noch mal. Ja, wir laufen weiter. Baut ab. 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 Ja. Nimmst du deine Crafting Tables mit hier. Deine zwölf Stück, oder? Ja, fix. Aber warte mal. So, vielleicht mit. Ja. Alex, Alex. Ja? Richtig, Alter. Wo bist du? Hier. Baut ab. perfekt. Danke fürs Zuschauen. Das war die erste Folge von Turo 4. Wir hätten fast die Admins killt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir beide einen Kill. Sehr cool eigentlich. Und dann noch einmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nicht so verpassen wollt, abonniert doch einfach und tschüss. BYE BYE